Samstag, der 11. November 2017. Es ist 19.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Halaf und Hello, willkommen zur heutigen Lottoziehung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und damit ist die Kameralspflicht erfüllt und wir können uns gemeinsam auf unseren riesigen Jackpot konzentrieren. Gucken Sie mal, 17 Millionen Euro warten heute auf einen oder vielleicht auch mehrere Gewinner. Und wir legen auch sofort los. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld autosgemäß überprüft. Das heißt natürlich, wir können jederzeit loslegen. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück. So, alle Kugeln im Spiel. Und zum siebten Mal in Folge ist er jetzt nicht geknackt worden, unser Jackpot. Da sammelt sich natürlich einiges an. Vielleicht wird es ja heute Ihr Tag. Es warten, wie gesagt, rund 17 Millionen Euro. Und ich drücke die Daumen. Hier kommt sie. Die erste Glückszahl am heutigen Samstag. Die brauchen Sie natürlich. Die Sieben. Vielleicht die verfliegste Sieben. Mal gucken. Ja, ein Spieler ist am Mittwoch ja ganz knapp vorbeigeschrammt an unserem Jackpot. Er hatte am Ende leider ja nicht die passende Superzahl. Somit blieb es beim einfachen Sechser mit rund 890.000 Euro. Ist doch auch was. Die nächste Lottozahl ist die 1. Ja, und der Gewinner, der kommt übrigens aus Rheinland-Pfalz. Und wer weiß, vielleicht versucht er ja heute nochmals sein Glück. Das darf er ja, wie er möchte. Und wenn Sie und auch er im Rennen bleiben will, dann brauchen Sie auch diese dritte Lottozahl. Die Neunzehn. Und zwei Spieler, die dürfen sich jeweils über 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6 freuen. Das Geld geht einmal nach Hessen und einmal nach Nordrhein-Westfalen. Glückwunsch. Schönes Weihnachtsgeld. Weiter geht's mit der 16. Ja, und eine kleine, aber ebenso feine Millionenchance, die wartet heute auch im Spiel 77. Dort hatte am Mittwoch ja niemand die sieben passenden Ziffern auf dem Schein. Wenn es heute bei Ihnen gelingt und Sie allein sind, dann kann man auch da Millionär werden. Die vorletzte ist die 11. Ja, und sollten Sie heute vielleicht bei der Glücksspirale mitgespielt haben, Dann gibt es dort eine tolle Sonderauslosung, nämlich 200 mal 10.000 Euro, die es da zusätzlich zu den normalen Gewinnen gibt. Vorausgesetzt, Sie haben das Kreuzchen gesetzt. Die letzte Lottozahl, die 37. Das sind sie, unsere sechs Richtigen vom heutigen Samstag. Und mit denen geht es jetzt natürlich um unseren Jackpot. Und dazu braucht es wie immer natürlich noch die passende Superzahl. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt nochmals. Viel Glück. Insgesamt sind es, ja, stolze 41,5 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Und in der obersten Gewinnklasse ja rund 17 Millionen Euro. Hatten wir ja lange nicht. Und die Superzahl heute ist die 7. Sie ist begann mit einer 7, wir hören mit einer 7 auf. Und hier sind Sie nochmals unsere Lottozahlen in richtiger Reihenfolge zum Mitschreiben. 1, 7, 11, 16, 19, 37 und die Superzahl eben gesehen, die 7. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Und hier ist hier die Gewinnzahl im Spiel 77. 3, 1, 6, 7, 5, 1, 5 und noch die Gewinnzahl der Lotto bei Super 6. Da ist sie 1, 9, 1, 0, 7, 9. Auf lotto.de finden Sie wie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe zum Nachlesen. Und heute am Samstag ja auch die der Glücksspirale und natürlich auch alles zur großen Sonderauslosung. Das war es von mir, das war Lotto am Samstag. Ich bin kommende Mittwoch wieder für Sie da. Pünktlich um 18.25 Uhr geht es natürlich los. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut. Die Live-Ziehung der Lottozahlen.